Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute mit einer short News, einer kurzen News Ausgabe und zwar es wurde der nächste Banner angekündigt. Mega nice! Und zwar, wie wir hier sehen, ich mache es mal größer, Cell, Final Cell kommt als nächstes. Das ist schon mal 100% bestätigt im September. Und dazu noch, machen wir ein bisschen größer hier, und dazu noch Leute, Goku, ein weiterer Goku. Es wird darüber spekuliert, ob er blau, violett, grün und zwar, dass viele denken, er wird blau, also ein blauer Goku. Dazu Final Kamehameha Cell, also ein Final Cell mit Super Kamehameha, so wollte ich es sagen. Ihr seht hier auch ein Bild, wie er darüber knallt, mega nice. Und hier ist auch die neuen, also wie gesagt, im September kommt er. Was noch dabei ist, was mich mega freut, ist C-17. Und dazu noch C-19. Auch noch als Extreme-Held. Das sind aber nur drei Sparking-Helden. Welche werden die anderen zwei Sparking-Helden sein? Ich denke, wenn Super Saiyajin Song Gohan dabei sein würde, dann wäre er auf jeden Fall hier drauf. Das heißt, Gohan wird hier wohl nicht mit Cell in einem Banner kommen. Das ist ziemlich schade. Das ist wirklich ziemlich schade. Und übrigens auch ein Danke an Alan Soro, der mir als erstes diese News zugehoben hat lassen, dass dieses Banner kommt auf Reddit. Der Link ist in der Videobeschreibung, ihr könnt es auch durchlesen. Denn hier steht auch darunter, es kommt auf jeden Fall, ja ihr seht es, Cell mit Super Kamehameha, mit einer offensiven Strike-Kampfkraft, also wird ein Nahkampfkämpfer, wird einen hohen Nahkampfschaden haben, unser Final Cell. Und Goku hat eine Instant Transmission Kamehameha. Wenn ich das richtig verstehe, heißt das, das Kamehameha, wo er sich zack, hin teleportiert und dann mitten ins Gesicht das Kamehameha abfeuert. So hört sich das für mich an und so sieht es hier nämlich auch aus am Bild, kann man mal kurz reingucken hier. Cell steht direkt vor ihm, seht ihr rechts, die Maus, ja rechts. Er teleportiert sich direkt hin zu Cell und knallt ihm das Kamehameha mitten ins Gesicht. Mega nice. Da bin ich echt krüppig. Vor allem freue ich mich, dass C-17 dabei ist. Das könnte ein ziemlich krasses Banner werden. Vor allem Cell ist ja auch ein Cyborg natürlich und gehört dann zu den Androiden. Dazu zu C-17, C-18, C-19, Dr. Gero und C-16 wissen wir auch schon, kommt auch in Zukunft ins Parking. Leute, ich bin mehr gehypt und wie gesagt, könnt ihr gerne hier die Kommentare von den ganzen Nutzern durchlesen. Diesen Link haue ich euch in die Videobeschreibung vom Reddit-Forum. Und ja Leute, haut mal in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Banner? Final Cell, schon wieder ein Goku, aber mit der geilen Kamehameha. Ah, da geht die direkt hin, zack, hin teleportieren, abfeuern, bam, plus C-17 und C-19. Der Rest, wie gesagt, was denkt ihr? Was denkt ihr, kommen noch für zwei Sparking-Karten dazu rein? Ich denke, es könnte sein, dass hier wieder ein Gohan drin ist, ohne Super Saiyajin, würde passen. Es könnte so viel drin sein an Sparking-Karten. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare, Leute. Wie gesagt, heute eine Short-News-Ausgabe. Ich bin mitten in der Vorproduktion. Ich habe jetzt schon drei Videos, glaube ich, von Dragon Ball Legends, von Dragon Ball Xenoverse und von Pokémon und aschviele Openings habe ich schon aufgenommen. Bin ich noch am Hochladen. Ich bin mitten im Stress. Ich fahre morgen früh schon los nach Deutschland. Das heißt, die Rabbit-News erscheinen, wenn ich schon unterwegs bin nach Deutschland. Das ist krass, das ist krass. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr seht uns auf der Gamescom. Wie gesagt, der Link in der Videobeschreibung. Heute eine ganz kurze, kurze, kurze Short-News, eure Meinung in die Kommentare. Wer da draußen nichts verpassen will, lasst ein Abo da. Vielleicht schaffen wir es ja. Bis zu Gamescom die 9000 Abos, das wäre der Overhammer. Der Overhammer. Kurzer Info, ich bin auch dort nicht nur zum Spaß. Ich werde auch versuchen, mit möglichst vielen Entwicklern dort zu reden. Schönen Visitenkarte in die Hand drücken. Vielleicht bekommen wir irgendwas, auch bei den Merge-Shops und so weiter. Versuche ich mein Bestes für unsere Community. Also wie gesagt, lasst ein Abo da, damit helft ihr mir sehr. Und gerne in die Kommentare, was sagt ihr zu dem Banner, was könnte da noch dabei drin sein im Banner und so weiter. Ich bin gespannt. Kurze News heute. Viel Spaß. Hau rein. Und ciao.